Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Barshot Infinite Burial Etsy Episode 2. Hier sind wir in der letzten Folge stehen geblieben bei dieser Tür. Hier sind wir in eine Kirche. Aber die erste Mal du kamen zu Rapture war in 1960, mit Booker. Wenn du Sonnen hast... Over ein Jahr von jetzt. Ja, das... das... das ist richtig. Wenn ich alle die Tür sehen konnte, das alles machte Sinn. Aber jetzt ist es... jetzt ist es nur ein Schmerz. Elisabeth, du bist schmerz. Jetzt weiß ich was es fühlt. Okay, wenn wir uns zu suchen suchen, den Silverfin ist der Ort zu beginnen. Ich weiß die, warum. Das will ich gleich erst mit ihr rein. Ist ja cool, dass wir mit unserer... mit dem hier... ich weiß gar nicht, wie das heißt, damit das hier öffnen können. Ich war hier auch. Gerade nachdem ich durchgekommen musste ich... ich brauchte etwas, das etwas zu tragen haben. Das war ein bisschen mehr Rapture appropriiert. Oh, okay. Oh, okay. Cooler Shit. Pressure, mouse, bar, standings, standings, singen ja nämlich... Ja, ich weiß, habe ich ja schon gemacht, Jun. Können wir das anziehen? Meinst du das Kleid? Unser altes? Ja, also ihr altes? Jetzt gehen wir nicht auf den Sacken mit Mel... Alter. Oh, fuck. Fuck, out of ammo. Warte. Ja, scheiße, der war voll daneben, das war doof. Alter, mit ihr zu schießen ist aber ein bisschen schwieriger als noch mit Booker. Mann, ey, immer diese... Alter, diese Dinger nerven, diese komischen... Tests, äh, Tests. Diese... And what now becomes of the girl? A burial at sea, I suppose. I was referring to the child. Why ask questions you don't wish to hear the answer to? You mean... Enslavement, exploitation, extermination. There must be some hope for her. If it helps you to believe so, brother, then I shall not be the one to disillusion you. Hm. Okay. I need to find this suit child. The sale of film looked like the best place to start. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Bin gespannt. Bin gespannt. Ach, hier. Okay. Boah, jetzt geh mir noch nicht auf den Sack. Okay, warte kurz. So, wo können wir die nämlich umgehen? Okay, der Arsch kommt jetzt nämlich her. Okay, den habe ich ja sauber gekillt. Scheiße. Okay, der ist da, der ist gerade, äh... Okay. Okay, ich kann jetzt kämpfen. Oh, fuck. What the fuck? Okay, geh. Oh, der war total schlecht geschossen. What? Ey, gib mir den wieder. Ist mein Kroschbo. What did you mean, before, when you said you were in Paris? Fuck. It wasn't really Paris. It was more... It was more the world, as I want to see it. I suppose I wasn't really happy there. We'd all be better off, us to wits. If we could leave well enough alone. Okay, es heißt, jetzt wird's sehr spaßig. Da ist auf jeden Fall... So... Müsst du die vorher töten, oder nicht? Ja, jetzt geht doch nicht weiter. Scheiße. Ich hab daneben geschossen. Das ist natürlich supi. Du hast keine Munition. Mann, gib... Ey, immer dieser Dreck. Ey, ich bin eh tot. Alter, das ist ja voll nervig. Das ist ja gar nichts, ey. Du hättest ja nicht meinen Schuss. Kann man das überspringen? Nein, kann man nicht. Ach, Mann, ey. Wahrscheinlich muss ich die beiden Spastis gleich jetzt auch nochmal töten. Echt, das schießen mit ihr irgendwie anders. Oh, ey. Wenn ich jetzt die beiden auch nochmal töten muss... Mann, ey. Okay, das ist scheiße. Alter. Warte mal. Diese scheiße muss ich ausmachen. Die nervt. Ja, wobei ich lass die mal an, sonst nachher krieg ich irgendeinen krassen Tipp und den verpasse ich natürlich. So, zack. Ich kann aber halt auch nicht immer so lange zielen. Wie ist denn das das Problem, ne? So. Da hinten ist die wieder. Nicht? Ah, nein. Ah, genau. Da muss sie sich bewegen, wenn ich drücke. Sieht dumm. Boah, ey. Blöde Nudde. Ich hab da gar keine Muni mehr, oder? Doch, einen Schuss hab ich noch. Ah, guck mal überall. Okay. Junge, 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 Junge. Das ist ja genau meine Spielweise, ey. Ohne Scheiß. Nein, ich will nicht das Menü öffnen. Guck mal, ich möchte auf N drücken. N? Wo ist ein N? Ach, N ist hier. Wo soll ich denn hin? Irgendwo da hinten. Ach, hier durch? Okay. Was haben wir hier? Einen Shop. Ach, guck mal. Die kennen wir doch. Ah, die kann ich mir... Ah, die kann ich mir kaufen. Okay. Dann tue ich das. Ah, hier können wir so einen Film gucken. Naja, will ich jetzt nicht gucken. Das interessiert mich nicht. Elevator. Na, dann rufen wir mal den Elevator. Dauert ein bisschen. Ach, guck mal. Das geht schneller als der andere. Schön. Ein Schuss, ey. Läuft er richtig hier. Das finde ich cool. Was? Noisemaker. You have acquired a noisemaking device. Make sure it's equipped. And fired at the windows to the right to draw the splashes from your path. Okay. Okay. Ich hätte sowieso nichts machen können, weil... I could see everything. Every possible moment. And now. You're just like everyone else. Why? Why? Because I died here? If I'm just like everyone else, I can't help Sally. I can't even get back to where I was. If you don't mind me asking, love, why are you talking to nobody? If I had pegged you for a loon, I might have had second thoughts on our arrangement. I'll hold up my end. But I'd better find the girl the way I left her. You're in no position to make demands. But I must confess, I do like a bit of sass in a lass. Aha. Okay. Da hinten sitzt schon wieder so ein Spasti. Er saß da. Erst schießen, dann fragen. Hat sich hier immer als sehr gut herausgestellt. Den Crossbow nehme ich gerne hin. Das ist hier. What? Ah. Okay, wir haben wieder eine zweite Dings bekommen. Alles klar. Out of ammo. Ich bin ja begeistert, ja. Na dann. Das ist er. Das ist der Großvater. Der der mich hat. Du kannst nicht schlafen mit ihm. Comstock put ihn down, und er hat sich sofort zurückgezogen. Ich kann ihn nicht schlafen. Ich kann mich nicht schlafen. Aber wenn ich mich aufhörte, er könnte kommen in handy. Der der mein Mann. Okay. Okay. Die tüttelt jetzt die andere, ne? Mann. Wo muss ich hin? Da muss ich hin, okay. Aber was ist denn hier? Gibt es hier irgendwas? Ah, irgendeinen Typen. Vielleicht, weiß man nicht. Okay, damit kann ich ihn mir gefügig machen, wenn man so möchte. Moment, zack. Oh. Mann. Ich immer einfach... Nee. Neh, mal mit. Was ist das denn? Open the door, ich hab das nicht. Mhm. Okay. Noch mehr Lockpicks. Noch mehr Lockpicks. Was ist das denn hier? Ah, okay. Ist jemand da? Nein. Niemand ist hier. Ah, ein bisschen EVE. Ein Plan. Das ist das, wenn ich ihn versuchte, wenn er versucht, in der Suchong zu verabschiedet hat. Was ist das? Ah, okay. Hm. Es ist so, dass die Temperatur von der Suchong zu verabschiedet hat, also... Es ist eine Grunde, dass die Duchtwerke, die Suchong zu verabschiedet hat. Aber, warte mal. Na, machen wir Munition für die Waffe? Ja. Nee, aber irgendwie habe ich die nicht mehr. Ah. Und da kommt ein Gang zum Vorschein. Mal gucken, wo der uns hinbringen wird. Fuck, 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 fuck. Du bist jetzt lieb. Ich kann das nicht hacken. Das ist natürlich blöd. Das bleibt ja nicht ewig so. Irgendwann ist das ja wieder... ...unnett zu uns. Aber erstmal sollte das reichen. Disarmed the violence from behind with a lockpick. Ach, das geht doch, okay. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Wir sind jetzt tot. Oh nein. Okay. Ich bin nicht dahinter gekommen. Scheiße. Ich hatte nichts mehr. Ich hatte einen, einen... ...hab ich noch. Ich hätte auch zurückgehen sollen. Ja, das haben wir schon gehört. Einen, die von... Ja, ich weiß. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich wieder da hinten... Nee. Da wurde ja schon gespeichert. Zwischendurch. Aber auch ein bisschen weiter weg, ne? Oh, ey. Ja, hier geht's... Das ist so gar nicht Bioshock-Style, muss ich ganz ehrlich sagen, momentan. Der ist ja gar nicht da, der Typ. Und eigentlich ist Bioshock... ...ballern. Ja, muss man mal so sagen. Hier ist Bioshock aber nix ballern. Das ist er. Das ist der Großartig. Der, der mich hat. Willkommen in der Suche von Bioshock! Du kannst nicht mit ihm verbrechen. Bioshock hat ihn gelegt, und er wurde sofort zurückgelegt. Ich kann ihn nicht schützen. Ich kann mich nicht schützen, aber wenn ich mich verholt habe, er könnte in Hande kommen. Der Mann von meinem Mann. Ich habe das gehört. Wo ist es? Okay. Aber noch brauchen wir den ja nicht. So, das muss ich jetzt nochmal machen. So, dann wollen wir mal. Da ist ja wieder so eine alte. Die ist jetzt egal. Zack. Zack, die Karte. Ja, 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 ja. Was ist das? Es ist mir so, dass die karte-Karte aus dieser宿 kommt. Also, es ist ein Grund, dass die Karte-Karte zu Schaukas gehen sollte. Warte mal. Boah, ich bin es aber hier auch ein bisschen mehr gewöhnt, so drauf zu gehen. Also, nein, nicht drauf zu gehen im Sinne von sterben, sondern auf die Gegner drauf, dass man halt wirklich mit Feuerkraft sich den Weg bahnt. Aber das ist ja hier eher nicht der Fall. Das ist hier eher so sneaky. Okay. So, zack, da das mich jetzt nicht als Feind wahrnimmt. Aber das geht hier nicht, aber gerade schon, da ich soll das mit dem Lockpick dann übernehmen. Hm. Also, das Arm, also ausschalten, ne? Aber warum? Ich kann es einfach so machen. Okay, das finde ich eigentlich ziemlich lustig, finde ich gut. So. Und wir haben noch so einen komischen, ne, doch haben wir wohl so einen Laut-Pfeil, laut-leise-Ding. Oh, warte mal, was ist das hier? Achso. Ah, cool. Ammunition, Ammunition, Ammunition. Ich weiß zwar nicht, wie ich wieder auf den Revolver wechsle, aber... Und ob das Staff ist. Ah, da hinten. Nein, keine Ahnung von ihm jetzt. Either er ist tot, oder arbeitet für Ryan. Hmm... Columbia? Er wusste über Columbia. Und, und Booker, und... Und ich. Der Suche sollte einen Weg finden, um die Teile zu kommen, um hier zu kommen. Aber wie? Tja... Sutron! Ein greatest genius of Rapture, denn er war dafür verantwortlich, dass diese... Oh ne, Moment. Dass die... Ne. Was du gesehen hast. Und jetzt, dass du nur plain olden Fleisch und Blut... Ich bin dankbar, dass du Dinge so gut zusammenfasst hast. Es muss hier etwas sein, was ich hier finden muss. Etwas, was Su Chong an gearbeitet hat. Hmm, okay. Okay. Ob ich irgendwann mal den falschen Knopf drücke, ey. So, da kommen wir aber noch nicht weiter. Heißt... Gucken wir erstmal hier. Was es hier zu entdecken gibt. Okay. Gibt's hier irgendwas zum, äh... Einsammeln? Sieht nicht so aus. Hm. 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 Du erinnerst, nicht wahr? Es noch nicht passiert. Ich sagte, ich kann das nicht tun. Concentrate, Elisabeth. Nein, die Türs sind geschlossen. Lutez Partikel. Ich benutze die Lutez Partikel. Wenn es eine Stadt fließt. Es kann eine Briefe aufbauen. Ich kann nicht öffnen Tears, aber wir können diese Geräte nutzen, um zu Kolumbien zu finden und ein Partikel zu finden. Aber es wurde vandalisiert. Du schaffst es. Klar. Du weißt, meine Tür ist nicht mit dem Lutez Partikel. Du schaffst es. Ja, ich... Elisabeth. Du schaffst es. Okay. Okay, es muss hier ein paar Informationen sein. Okay. Ich bin ja mal dann am Ende gespannt, wer Booker ist. Das wäre sehr interessant zu wissen. Wir müssen jetzt Find Documentations, also wir müssen hier noch ein paar Informations finden. Oh, ein Waffeleisen. Cooler Shit. Das werden wir auch tun, aber erst mal... Moment, was ist das hier? Nix. Okay. Wenn wir uns hier überall alles nochmal angucken, und das anhören. Und bevor ich es wusste, Ryan hat mich aus meinem eigenen Restaurant geflogen. Und der Koreaner hatte den Rund des Platzes. Es war ein gutes Geschäft, ich sage dir. Ich sollte nie jemandem sagen, dass ich nie jemandem über das Licht erzählte. Ich sah die weirden Gebäude, die ich gesehen habe, die in den Wolken fliehen. Und meistens, ich sollte nie jemandem sagen, dass die Mädchen einen Tag kam, in dem alten, und dann kann man ja weitermachen. Noisemaker habe ich bekommen. Jeha! Munition, Munition. Eve. Alles sehr schön. Was haben wir hier? Plasmid. Achso. Ach, Mann. Crossbow Trainers. Achso, okay. Gut. Hierfür brauchen wir ein Plasmid, das wir nicht besitzen. Schade eigentlich. Ih. Was ist das denn? Schweinenasen. Hm. Schmackhof hat sich. Okay. Dann würde ich an der Stelle erstmal sagen, ich beende diese Folge. Bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Was ist da drüber eigentlich? Ah, von da bin ich gekommen. Hoffen natürlich, wir sehen uns, oder hören uns viel mehr in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Haut rein, Leute!